Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ribosex Siege! Team Deathmatch Bombe im Multiplayer Locker, mit dabei ist der Yugi! Hallo! Hallo Yugi! Hallo Alter Mann! Ich hab durchfallen, ich muss furzen! Nee, das ist nicht schön! Yugi, wir müssen gewinnen! Wir müssen gewinnen, erste Runde! Ha! Richtig! Ja, für mich ist das schon die... Moment, eigentlich ist das schon die vierte Runde heute! Das ist meine erste Runde! Weil ich habe um 0.30 Uhr noch ein paar Runden gespielt, aus Frust, weil Tomb Raider nicht verpflichtet wurde! Frustspiel! Frustvögeln ist besser als spielen! Warte? Was? Hast du was gesagt? Nee, ich hab nichts gesagt! Hast du was gesagt? Nee! Mhm! Gut! Naja, sorry! Wir haben auch nichts zu sagen! Ja! Selten! Selten, dass wir was zu sagen haben! Richtig! Erzähl doch mal was! Ja, erzählen! Tomb Raider wurde nicht veröffentlicht! Ja schon! Das werden nach amerikanischer Zeit veröffentlicht! Yugi, ich ziehe jetzt um nach Amerika, damit ich das Spiel spielen kann! Hehehe! In Amerika wurde es heute um 9 Uhr veröffentlicht! Hier in Deutschland erst um 18 Uhr! Das gibt Leute, die haben das schon durchgezockt! Hehehehe! Ja! Gronkh, Sarraza, Pete Smith, die dürfen das ja schon alles tausend Jahre vor Release spielen! Die dürfen das ja schon spielen, bevor das Spiel überhaupt entwickelt wurde! Ich weiß! Ich hab da auch schon Let's Plays von einigen Spielen gesehen, die dann irgendwann mal drei Monate später rauskamen oder so! Oder zumindest die... Ja, du... Aber bis jetzt... Bis jetzt konnte ich mich zurückhalten und habe noch nicht in das Let's Play von Sarraza oder Gronkh geguckt! Auch nicht! Ich konnte mich zurückhalten! Auch nicht! Wir brauchen da wieder so lange! Ja, der hat schon wieder einen Kreuz-PC! Ich bin zwar gerade am Rendern im Hintergrund, aber mein PC, der schafft das locker! Ich weiß immer nicht, was die alle... Ich glaub, die spielen auf Laptop, so wie ich anfangs auch! Ich brauch so lange auch einen neuen Rechner! Kann Scum nicht richtig zocken! Wie... wie alt ist dein PC? Drei Jahre? Ach, meinen habe ich ja erst neu! Meiner ist... vier Monate! Oder... müsste jetzt schon fünf Monate sein! Ah, Kirste geknellt! Scheiße, hat mich doch gekriegt! Ach, ja... So, ich hab... Hier oben? Wo sind die denn? Die sind oben, ne? Ja! Aber brauchst halt nicht mehr hochfahren, weil... Äh, ich versteck meine Drohne, mein Junge! Ey, Yugi, das ist die Map! Vielleicht brauch ich die noch! Was? Ne, alles gut! Ich hab dich grad mit jemandem verwechselt! Ich hab dich grad mit jemandem verwechselt! Spawn, Pikis! Watching, watching, for spawn! Watching, for spawn! Jogi, du bleibst hinter mir! Jogi, wo bist du? Jogi! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Hast du schon drin, oder was? So, positiv! Jogi! Jogi! Im Moment! Ich aim hier erstmal so ein bisschen und gucken und so! Mach da ja nicht so'n Stress! Du hast den Entschärfer fallen gelassen! Entschärfer wurde zurückgeholt! Sind die überhaupt! Die sind eine Etage über uns! Ich würde eigentlich an eine Reinforced Wall von denen rankommen! Damit ich mich dann durch... Oh! Damit ich dann... Mann, wieso hab ich jetzt... Oh lol, das wollte ich gar nicht! Ach, du bist der Maverick! Ja, ich... Du willst Löchlein machen! Ja! Da geht's nicht lang! Hab ich jetzt schon wieder ne jetzt was... Ich will den Diffieren, oder nicht? Wo willst du denn nicht? Äh, hier geht's nicht lang! Komm mal zu mir! Hier ist ne Treppe! Ja genau, die hab ich gesucht! Jogi, du deckst mich von hinten! Oh oh, hier oben ist immer! Oh, hier ist eine Reinforced Wall! Fuck, da komm ich aber nicht hin! Komm mal hier hoch! Da ist ne Reinforced Wall! Hier! Jogi, du deckst mich! Die sind hier drin! Pass auf! Hinter uns! Hinter uns! In der Tür hier! Hinter dir! Mike! Hinter... Ich hab doch gesagt hinter euch! Ja, ich hab mich doch umgedreht, aber ich hab ihn nicht gesehen! Vor allem wollte ich grad ping für das Teammate! Für den Teammate! Hä? Wir haben gewonnen! Ich sag noch, die sind hinter uns und... Jogi, alles gut! Wir haben gewonnen! Beruhig dich! Mann, ey! Ja, ich... Ja! Ich war beschäftigt mit Durchbrennen! Ja, du warst so heiß darauf, deinen neuen Operator zu testen, ne? Ja, richtig! Operator! Wobei, ich hab ihn schon ein paar Runden gespielt, aber... Ich muss Runden mit denen gewinnen, aber... Ich find das zu geil, wenn man sich mit Maverick durch Reinforced Wände durchbrennt, ist es für den Gegner schwer, einen zu treffen! Ja, weil du machst da so ein Mini-Löcher rein! Richtig! Weil man kann auch nix dagegen setzen, ne? Irgendwie, die Löcher sind einfach drin, ne? Scheiße! Kann man auch nicht muten oder irgendwie so, oder mit Elektro geht das auch irgendwie mit hier... wenn du Bandit nimmst und die Wände, äh... unter Strom setzt, kann er sich nicht durchbrennen! Guck! Weil, denn kriegst der Schaden, wenn er die Wand berührt! Ja, stimmt! Ich teste mal einfach Bandit! Vielleicht nimmt er einer Maverick! Keine Ahnung! So, Jogi, wir müssen gewinnen! Ich muss nämlich mit Clash und Maverick gewinnen! Und ich, wenn ich das gewonnen habe, spiele ich Clash nicht mehr! Weil, ich mag den Operator nicht! Ja, nicht! Wer? Den du jetzt hast? Ja, den mag ich nicht! Ich kann den nicht spielen! Der soll ja angeblich OP... Drohne im Raum! Irgendwo! Da hinten! Ich hab sie gesehen! Oh, ich hab die Drohne mit der Granate kaputt gemacht! Jetzt noch ne Drohne irgendwo im Raum! Hier waren zwei! Ich hab ne Twitch Drohne kaputt gemacht! Die kommen eh nicht hier durch! Die kommen durch die Fenster von außen wieder, ne? Denke ich immer, aber ich... Ich mach mal hier! Äh... Ich find da mal zu! Oh, was ist das denn hier für ein Raum? Krass! Erstmal... Oh, lol! Hier ist der Sledgehammer! Jogi! Was? Let's? Oh! Verarschen! Erstmal... Alles kaputt machen hier! Oh, Jogi nicht bewegen! Ja, Mann! Äh... Aber ich bewege mich! Und wo kommen die? Von außen? Äh... Natürlich kommen sie von außen! Von wo sollen sie sonst? Ja, von innen? Ne, ich mein direkt von außen! Die können auch von innen kommen! Hier ist Fuse! Hier ist Fuse! Hier ist Fuse! Ja, aber ich kann nicht schießen, weil dir da einer vorsteht! Oh mein Gott! Ich... Ich... Ich deck mal den Raum hier! Ich bin in A, ne? Was macht denn der? Oh, oh! Lol, was geht hier ab? Ach, hier ist auch noch einer! Ja! Wuschen die? Kommen die? Ja! Ich steh im Rauch! Ich seh nichts! Da ist er! Hier dann außenrum irgendwo! Komm nur, trau dich doch! Da ist auch kein Trap bei dir, ne? Der letzte ist hier! Der letzte ist hier! Der letzte ist hier! Die Branche ist russisch! Ich kann! Jetzt kann ich! Oho! Push denn hier von außen! Fuck! Ich seh nix! Der Sack! Ja! Nach dahinter! Oh lol! Er hat auf meine Füße... Nice! Nice Teamwork! Er hat auf meine Füße geschossen! Nice Jogi! Du kommst von da! Krass! Ja! Von außen! Na füße schießen ist immer... Top bei... Typen mit Schild! So ich muss auch eine Runde mit Maverick oder Clash gewinnen! Denn ich weiß nicht ob ich Clash behalte! Weil eigentlich... Ach! Meine Finger stinken nach Käse! Hey Blitz! Did you not see me at the start of the round? Oh! Du hast offenbar allen übersehen! Wer? Was? Ich? Wen übersehen? Ne warte mal Blitz! Du bist doch gar nicht Blitz! Ne Jogi! Alles gut! Ich hab nix gesagt! Was denn soll ich übersehen haben? Nein! Ich hab nix gesagt Jogi! Du hast jemand in deinem Kopf übersehen! Ich hab nix gesagt! Ich bin... Alter kann man mal was übersehen im Kopf! Was soll ich schon mal ne? Ich höre die hier unten irgendwo! Die sind... Die sind... Die sind ein... Die sind glaube ich im 2. Zweiten... Zweiten Dings! Wär nicht schlecht wenn wir das finden würden! Weil ich kenn die Map immer noch nicht! Ich verlaufe mich ja immer! Weil die haben wir mal das gleich aussieht! Ah! Da unten! Nein! 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 Ach Scheiße! Ich muss an eine Reinforced Wall rankommen Jogi! Du bleibst wieder bei mir und deckst diesmal von hinten! Ich sag euch dreimal dreht euch oben! Ja! Aber das ist nicht decken! Das ist Sorgen! Decken ist töten! Ihr habt den ja getötet nachdem ihr euch getötet hatte! Dann hat er wieder gekillt! Jogi wo bist du? Jogi! Jogi! Ich bin hinter dir! Ja ich komm ich komm ich komm! Jogi warte! Ich komm auch mit hoch! Ich muss dir was zeugen! Ah ne da bist du gar nicht! Das ist ein anderer! Jogi! Hallo Jogi! Guck mal Jogi! 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 Ich mach jetzt nicht wieder so einen Scheiß hier! Peng Peng Piu Piu! Du lenkst mich wieder ab ey! Wo sind denn die? Sind die hier drin? Gehst du mit der Drohne rein? Ja ich äh... Ist da jemand drin? Ne in dem Raum ist keiner! Aber hier ist der Reinforced Wall! Jogi komm rein und deck mich! Warte ich guck nochmal! Warte noch nicht reingehen! Also hier ist keiner drin! Komm jetzt rein! Was seid ihr? Machste! Ja die schießen auch durch die Löcher! Keine Angst! Der war von wo? Von wo hat der geschossen? Ich hab den nicht gesehen! Wer ist das grad? Ey jetzt ist einer hier durchgelaufen! Jogi guckt da nicht durch! Da soll das bis gar nicht wieder! Vorsicht! Gib dein Teammate da hinten kein Headshot! Ja! Der ist hab ey! Na wow! Wir haben mal drei Runden gewonnen alter! Und ich hab keinen einzigen Kill gemacht! Hehehe! Ich bin nicht mal gestorben! Und hab drei Kills gemacht! So Jogi! Jetzt wird es wieder Zeit für Blitz! Blitz? Dann stirbste! Blitz! Den Operator kann ich jedenfalls spielen! Läuft! Was hat er denn für ne Maske? Cool hab ich auch! Warte mal! Krieg ich nen Alpha Pack? Gib mir nen Pack! Ich hab zwar 27% Chance! Ah! Keinen Pack gekriegt! Wow! 674 ansehen! Nice! Damit vielen Dank fürs Zuschauen! Tüdüdüdü! Tüdüdüdü! Ende! Seite! Sonst nähst du! Möcht! Tüdüdüdü! Ja!